hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch mal wieder eine etwas versteckte aber eventuell sehr nützliche option in den google chrome browser zeigen und zwar ist das eine relativ neue funktion die zum einen das surfen im internet sicherer machen soll und zum anderen können wir damit unsere privatsphäre besser kontrollieren indem wir die cookies einfacher oder besser verwalten können das ganze auch wenn wir inkognito unterwegs sind ja funktioniert also auch mit dem inkognito modus diese option ist standardmäßig deaktiviert noch und wie wir das aktivieren und nutzen können das will ich euch schnell zeigen und zwar wenn wir hier über die einstellungen auf die datenschutz und sicherheitsseite in unserer browser hier gehen sieht standardmäßig ebenso aus ja das sind jetzt die möglichkeiten die wir default haben und die können wir nun erweitern und zwar über die chrome über die flex seite hier ja chrome doppelpunkt slash flex wo die ja noch experimentellen optionen hier zu finden sind und genau hier auf der seite suchen wir hier nach einem flag der nennt sich irgendwas mit redesigned genau das ist das hier ja privacy settings redesigned und standardmäßig ist hier ja der default das heißt default heißt hier deaktiviert wir enable das einfach ja aktivieren und relaunchen hier wir starten den browser einmal neu und wenn wir jetzt auf die seite gehen hier wieder datenschutz und sicherheit da sehen wir ja als erstes vielleicht auf dem ersten blick hier was auffällt das sicherheitscheck das war vorher nicht und wenn wir können jetzt jederzeit hier mit jetzt prüfen wenn wir jetzt auf hier drauf klicken dann wird das ja auf den updates überprüft ob das auf neuesten ob unsere browser auf neuesten stand ist dann wenn wir irgendwelche gespeicherte passworte hier haben in den chrome ob diese sicher sind beziehungsweise ob sie irgendwelche datenbanken auftauchen ja ob das schon mal gehackt wurden sozusagen auf irgendwelche listen stehen dann wird hier überprüft ob der safe browsing hier die option aktiviert ist und dann die erweiterungen werden überprüft ja ob wie eventuell potenziell schädliche erweiterungen hier installiert haben falls das der fall ist wird uns natürlich angezeigt welche erweiterung das ist und auch mit lösungsvorschläge wie wir das eben wieder los werden können ja das ist das eine hier der abschnitt das neue und das andere haben wir hier nochmal hier cookies und andere webseiten webseite daten das war vorher auch nicht und hierüber haben wir noch mal das ist hier nochmal schon unterteilt hier schön übersichtlich wir können uns so quasi white list hier stehlen ja webseiten die die immer cookies verwenden dürfen ja kann man hier einfach hinzufügen tag und genau das ist das und wenn wir das wir können hier von drittanbieter ja okay das ist ja genau das ganze funktioniert auch im inkognito wie gesagt allerdings auch nicht standard mäßig wir müssen hier nochmal auf die flex seite nach inkognito enabled improved cookies control user interface in inkognito mode hier ja improved cookies controls hier zack und standardmäßig default heißt deaktiviert wieder einfach enable relaunchen und schon funktioniert das ganze dann also wir können beispielsweise wenn wir ja inkognito sind cookies von drittanbieter auch direkt blockieren und ja das ja hilft uns wie gesagt ein bisschen unsere privatsphäre ein stück mehr zu kontrollieren sozusagen und ja damit wir ein bisschen vielleicht ein stück sicherer hier unterwegs sind im internet das war es im prinzip auch schon alles was ich euch jetzt zeigen wollte ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen oder dass ihr das interessant findet zumindest wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal